Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Wir hören »Die verschwundene Schwester« von Lucinda Reilly. Es ist schon Band 7 der Saga »Die sieben Schwestern«. Ja, endlich löst sich das Rätsel um »Die siebte Schwester«. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos, die richtige Reihenfolge der Serie, findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. »Ali, Maia, Georg ist da«, rief Ma am Mittag die Treppe hinauf. Von oben ertönte ein gedämpftes »Wir kommen gleich«. »Erinnern Sie sich noch, wie Paar Salt Ihnen zu Weihnachten ein altes Messing-Megafon geschenkt hat?« fragte Georg schmunzelnd, als er Ma in die Küche und hinaus auf die sonnendurchflutete Terrasse folgte. Er wirkte deutlich entspannter als am Abend zuvor. Seine stahlgrauen Haare waren ordentlich nach hinten gekämmt, und zu seinem eleganten Nadelstreifenanzug trug er ein geschmackvolles kleines Einstecktuch. »Ja«, antwortete Ma und bot Georg einen Platz unter dem Sonnenschirm an. »Natürlich hat das auch nichts genützt, weil alle Mädchen ihre Musik voll aufgedreht hatten, auf ihren Instrumenten spielten oder miteinander stritten. Im Dachgeschoss ging es immer zu wie im Irrenhaus, und ich fand es herrlich. »Ich könnte Ihnen Claudias Holunderblütenlikör anbieten oder eine gekühlte Flasche von Ihrem provenzalischen Lieblingsrosé. Was ist Ihnen lieber?« »Da heute so ein schöner Tag ist und ich in diesem Sommer noch keinen Rosé getrunken habe, entscheide ich mich dafür. Danke, Marina. Soll ich uns beiden einschenken?« »Für mich lieber nicht. Ich habe heute Nachmittag zu tun, und ich bitte Sie. Sie sind Französin. Ein Gläschen Rosé wird Sie schon nicht umbringen. Ich bestehe darauf«, sagte Georg gerade, als Maya und Ali sich zu Ihnen gesellten. »Hallo, meine Lieben«, Georg erhob sich. »Möchten Sie ein Rosé?« »Einen kleinen Schluck für mich. Danke, Georg«, antwortete Ali und nahm Platz. »Vielleicht schläft Bär dann die kommende Nacht besser«, fügte sie lachend hinzu. »Für mich nicht«, meinte Maya. »Fast hätte ich die Schönheit von Atlantis vergessen. In Brasilien ist alles so überlebensgroß. Die Menschen sind laut, die Farben der Natur grellbunt, und es herrscht eine schreckliche Hitze. Im Vergleich dazu fühlt sich das Leben in dieser Gegend sanft und ruhig an. »Jedenfalls ist es hier sehr friedlich«, pflichtete Maya ihr bei. »Wir können froh sein, an einem Ort zu wohnen, an dem die Natur sich von ihrer besten Seite zeigt.« »Der Schnee fehlt mir«, murmelte Maya. »Dann komm doch mal im Winter nach Norwegen, das kuriert dich«, Ali grinste. »Noch schlimmer ist der Dauerregen dort. In Bergen regnet's deutlich öfter, als es schneit. Georg, wissen Sie inzwischen mehr über das, was Sie uns gestern Abend mitgeteilt haben?« »Nur, dass wir unser weiteres Vorgehen besprechen sollten. Einer von uns muss die Adresse aufsuchen, die ich habe, um herauszufinden, ob diese Frau tatsächlich die verschwundene Schwester ist.« »Und wie sollen wir das feststellen?«, fragte Maya. »Gibt es irgendetwas, anhand dessen wir Sie identifizieren können?« »Ich habe die Zeichnung von einem recht ungewöhnlichen Schmuckstück, das ihr offenbar geschenkt wurde. Wenn sie es besitzt, wissen wir zweifelsfrei, dass sie die richtige ist. Ich habe die Zeichnung mitgebracht.« Georg nahm ein Blatt Papier aus seiner schmalen Lederaktentasche und legte es auf den Tisch, sodass alle die Abbildung sehen konnten. Ali betrachtete sie genau. Maya blickte ihr über die Schulter. »Der Ring ist aus dem Gedächtnis gezeichnet«, erklärte Georg. »In der Fassung befinden sich Smaragde, und der Stein in der Mitte ist ein Brillant.« »Wunderschön«, hauchte Ali. »Schau, Maya, das Ganze hat die Form eines Sterns mit«, sie zählte, »sieben Spitzen.« »Georg, wissen Sie, welcher Juwelier den gefertigt hat?« »Der Ring ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich«, bemerkte Maya. »Leider nein«, antwortete Georg. »Stammt die Zeichnung von Paar?«, erkundigte sich Maya. »Ja.« »Sieben Spitzen eines Sterns für sieben Schwestern«, murmelte Ali. »Georg, Sie haben gestern Abend gesagt, sie heißt Mary«, meinte Maya. »Ja.« »Hat Paar Salt sie gefunden?« »Wollte er sie adoptieren?« »Ist dann etwas passiert, und er hat sie verloren?« »Ich weiß lediglich, dass er, bevor er von uns gegangen ist, eine neue Information erhalten hat, und die sollte ich überprüfen. Nachdem klar war, wo die verschwundene Schwester geboren wurde, haben ich und andere beinahe ein Jahr benötigt, um ihren mutmaßlichen gegenwärtigen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Im Lauf der Zeit habe ich in alle möglichen Richtungen ermittelt und bin jedes Mal wieder in Sackgassen gelandet. Doch diesmal hielt ihr Vater seine Quelle für absolut zuverlässig. »Und wer war diese Quelle?« hakte Maya nach. »Das hat er mir nicht verraten«, Georg seufzte. »Wenn es sich tatsächlich um die verschollene Schwester handelt, ist es doch sehr schade, dass sie nach der langen Suche erst ein Jahr nach Paars Tod aufgespürt wurde«, sagte Maya. »Jedenfalls fände ich es wundervoll, wenn sie es wirklich wäre«, mischte sich Ali ein. »Und wenn wir sie rechtzeitig nach Atlantis bringen könnten, um mit uns an Bord der Titan zu gehen und zur Erinnerung an Paar den Kranz ins Wasser der Ägäis zu werfen.« »Ja, das wäre toll«, pflichtete Maya ihr bei. »Allerdings gibt es da ein Problem. Diese Mary scheint ja nicht gerade in der Nähe zu wohnen, und wir wollen in weniger als drei Wochen zu unserer Griechenlandfahrt aufbrechen.« »Obendrein bin ich momentan leider ziemlich beschäftigt«, gestand Georg. »Wenn dem nicht so wäre, würde ich mich selbst auf die Suche nach Mary machen.« Wie um seine Aussage zu unterstreichen, begann Georgs Handy zu klingeln. Er entschuldigte sich und stand vom Tisch auf. »Darf ich etwas vorschlagen?«, fragte Ma in die Stille hinein. »Natürlich, Ma, schieß los«, forderte Maya sie auf. »Nachdem Georg uns gestern Abend mitgeteilt hatte, dass Mary augenblicklich in Neuseeland lebt, habe ich heute Vormittag recherchiert, wie weit Sydney und Auckland auseinanderliegen, weil CC sich in Australien aufhält«, führte Maya den Satz für sie zu Ende. »Das ist mir gestern Abend auch durch den Kopf gegangen.« »Der Flug von Sydney nach Auckland dauert drei Stunden«, fuhr Ma fort. »Wenn CC und ihre Freundin Chrissy einen Tag früher aufbrechen als ursprünglich geplant, könnten sie einen Zwischenstopp in Neuseeland einlegen, um festzustellen, ob diese Mary tatsächlich die ist, für die Georg sie hält.« »Großartige Idee, Ma«, meinte Ali. »Aber ob CC das möchte? Sie hasst Flüge.« »Wenn wir es ihr erklären, tut sie uns bestimmt den Gefallen«, sagte Ma. »Es wäre doch wirklich etwas ganz Besonderes, wenn die fehlende Schwester bei der Familienzusammenkunft zu Ehren eures Vaters dabei sein könnte. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Ich selbst habe alle sechs Bände der sieben Schwestern bereits gehört und kann die Saga sehr empfehlen. Am besten fand ich Band 1 und Band 6. Den neuen kenne ich noch nicht. Werde ich mir aber noch anhören. Das Hörbuch gibt es in einer ungekürzten sowie in einer gekürzten Fassung. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 21 Stunden und 6 Minuten. Das ungekürzte Hörbuch geht ca. 2,5 Stunden länger und hat eine Laufzeit von 23 Stunden und 33 Minuten. Das Hörbuch ist am 24. Mai 2021 bei der Hörverlag erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Noch ein Tipp, in der Beschreibung findet ihr einen Link, wie man ein kostenloses Hörbuch erhalten kann. anschließend ist ein Abo da und die Glocke aktiviert die Glocke aktivieren. Wo noch nicht so richtig, das war. Aber dann noch niekürzzeig ist es eine, Dann wird uns reingegangen, Daher weiß, wie man ein bisschen mehr als Glocke aktiviert.